Es war ziemlich frischlich, aber jetzt mit der Sonne, warte mal, das sieht man nicht so gut. Servus Kristianski, deine Challengeaufgabe lautet wie folgt, mach mir bitte ein Bild von einem Sonnenstern. Das war es auch schon. Moin Leute und danke Svenski für diese tolle Challenge. Es ist kurz nach 6, ich bin auf dem Weg zum Sonnenaufgang. Ich habe hier in Finnland eine ganz nice Location gefunden, hoffentlich mit einer guten Aussicht Richtung Sonnenaufgang. Das heißt, der Sonnenstern dürfte eigentlich machbar sein und vor allem heute ist wolkenlos. Es hat hier glaube ich gerade minus 3 Grad oder so. Ich habe auch gerade echt das Auto freigekratzt und so. Ja, warm ist anders, aber die Fehlers lassen sich natürlich durch sowas nicht abschrecken. Das Auto wärmt sich gerade noch ein bisschen auf. Mir ist gerade ziemlich kühl noch, tatsächlich. Aber, naja, egal. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann am Spot und hoffentlich kriege ich einen geilen Sonnenstern hin, damit ich die Challenge gewinne. Also, bis dann. Bis dann, ey. So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen sehen. Ich bin jetzt am Parkplatz angekommen. Und, ja. Hier sieht man immer noch verdammt viele Sterne. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Sonne tatsächlich bald aufgeht. Also, in einer guten Stunde. Das ist meine Destination für heute. Ein Kilometer von hier zum Aussichtspunkt. Das sollte auf jeden Fall machbar sein innerhalb von einer Stunde. Und, genau. Ich habe tatsächlich heute früh alles an, was ich habe, dabei. An warmen Sachen. Das heißt, ich habe hier jetzt das T-Shirt an. Den guten Failers Pulli. Den Hoodie. Jetzt hat hier noch meine ISO-Jacke drüber. Und dann habe ich natürlich noch die windfeste Jacke dabei. Weil es könnte ja sein, dass es da oben auf dem Aussichtspunkt ein bisschen windig wird. So wie die letzten Tage. Würde mich jetzt tatsächlich nicht wundern. Dazu natürlich Handschuhe und Mütze. Bei minus drei Grad braucht man das. Hier. Ihr könnt ja auch sehen, ist schön alles vereist. Und es knistert auch schön, wenn man drüber läuft. Ich muss tatsächlich ein bisschen aufpassen. Da hier jetzt letztens die Elchjagd losgegangen ist. Nicht, dass man mich hier noch für einen Elch hält. Und dann aus Versehen einen Fehler mit auf der Abschussliste hat. Das wäre natürlich ärgerlich. Ich weiß auch nicht, wie es hier mit Bären und Wölfen ist. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Von daher. Schauen wir mal. Ob wir hier heile wieder rauskommen. Aber ich denke schon. Ja, wir sind los. Bis zum nächsten Mal. So, Servus. Ich habe den Aussichtspunkt erreicht. Hier oben ist es nur ein bisschen kalt. Also deswegen habe ich auch gerade meine geile Jackmütze aus Nepal aufgesetzt. Falls ihr das überhaupt sehen könnt. Hier oben ist ein bisschen uncool tatsächlich, weil dieser eine Baum hier, der steht mir so komplett im Weg. Wenn der nicht wäre, dann wäre das echt richtig geil. Aber ich meine, ich will mich nicht beschweren. Also, ich meine, das Licht an sich ist ja schon eigentlich jetzt gerade ganz cool. Ich habe auch schon ein, zwei Bilder gemacht. Der Baum, der legt mich ein bisschen auf, tatsächlich, weil er mir in der Komposition steht. Und, weil es hier einfach so windig ist, dass ich den einfach nicht scharf irgendwie aufs Bild bekomme, ohne die ISO auf, keine Ahnung, 32.000 Millionen zu setzen. Dementsprechend, ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht muss ich dann einfach ein bisschen reinzoomen und an dem Baum vorbei oder so. Mal schauen. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Genau. Und jetzt warten wir auf den Sonnenaufgang. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Es ist knapp 10 Minuten vor Sonnenaufgang. Ich zeige euch mal kurz den Blick, den ich hier habe. Da hinten sieht man schön den Erdschatten. Hier mache ich auch gerade eine Timelapse. Leider habe ich hier um mich herum in diese Richtung viele Bäume. Aber da hinten, da geht es ab. Und da geht dann nämlich auch demnächst die Sonne auf. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, was ich hier mit diesem Baum anstelle. Diesem Jenen hier. Der natürlich genau in meiner Komposition steht für eine schöne, weite, so ein Grand-View-Vista-Bild. Ich denke, ich werde das irgendwie so machen, dass ich den Baum irgendwie entweder links oder rechts auf einer Drittellinie platziere und dann die Sonne jeweils auf der anderen. Dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Aber wie ihr vielleicht sehen könnt, da hinten die Wolken verfärben sich. Also die fangen gerade das Glühen an. Das heißt, die Sonne kommt gleich. Genau. Ansonsten, der Blick von hier bis auf die Bäume abgesehen, mega geil. Und ich wurde auch bisher noch nicht von einem Elch gehalten und auch noch nicht von einem Bären oder einem Wolf gefuttert. Also vielleicht habe ich Glück und komme sogar heil nach Hause. Ja, auf jeden Fall. Ich warte und es ist arschkalt. Mir frieren sogar in den Handschuhen gerade so ein bisschen die Flossen ab. Aber naja, was tut man nicht alles, um euch geilen Content zu bieten? Geil ist natürlich Ansichtssache, aber wir geben auf jeden Fall immer alles. Und das ist gut. Ansonsten bleibt mir jetzt von hier erstmal nichts zu sagen. Ich melde mich dann gleich, wenn die Sonne aufgegangen ist und ich natürlich den Sonnenstern für die Challenge im Kasten habe, die ich natürlich wieder gewinnen will. Deswegen Hashtag Team Christianski. Wer ihr da auch immer alle draußen seid, fleißig dann auf Instagram voten, dass ich mir dann nicht irgendwie eine Glatze machen muss oder so. Oder Svenskys Gepäck schleppen. Da kamen ja das letzte Mal ein paar echt gute Ideen. Von daher wäre es cool, wenn ich da irgendwie drum rum käme. Aber das liegt natürlich an euch und an meinem Unvermögen oder auch nicht. Jetzt seid ihr gleich ein cooles Bild zu machen. Aber wie gesagt, ich melde mich dann und bis dann. Ciao, ciao. So Leute, wie ihr vielleicht sehen könnt, die Sonne ist gerade aufgegangen. Oder geht gerade auf. Und ich feuer hier gerade ein Bild nach dem anderen raus. Schön mit Blende 19. Svenski hat keine Chance. Oh ja, das ist ein Stern. Das ist ein Stern. Mal schauen, ob diese Challenge wieder an mich geht. Aber ich will ja Svenski nichts Negatives oder Böses wünschen oder so. Aber ich würde die halt schon gerne auch gewinnen. Von daher... Ja, wartet kurz. Uh, das sieht geil aus. Jetzt ist gerade Wind still. Der Baum steht still. Uh, das ist super. Geil. Noch eine. Oh shit. Okay. Also das ist jetzt eine gute Belichtungsreihe gewesen. Damit kann man arbeiten. Und der Stern ist auch drauf. Leute, was will ich mehr? Ich kann euch ja mal hier zeigen, wie das ausschaut. Vielleicht seht ihr was. Ich weiß es nicht. Vielleicht seht ihr auch einfach nur die Kamera, die ich gerade halte. Das ist auf jeden Fall meine Komposition. Wie gesagt, der Baum auf der linken drückten Linie und die Sonne genau auf der rechten. Oder ein bisschen weiter rechts jetzt. Aber ja, ich denke, das wird ein ganz nices Bild. Der Himmel ist ein bisschen langweilig. Aber tatsächlich, für den Sonnenstern macht es mir jetzt gar nichts aus. Oh ja. Ja, das ist ein Stern. Perfekt. Ja, jetzt bekommt hier auch die restliche Landschaft ein bisschen Sonne ab. Hier läuft noch eine Timelapse für euch. Schön, wie die Sonne die Baumwipfel küsst. Ich glaube, das wird ganz cool. Aber ich will den Tag nicht vor dem Sonnenaufgang loben. Können wir das so etablieren als neues Sprichwort bitte? Ich weiß nicht, dass der Abend eine Minute. Aber ich will den Tag nicht verletzen. Ich habe jetzt hier anderthalb Stunden gewartet und es war ziemlich frischlich. Aber jetzt mit der Sonne und der Sonnenaufgang entschädigt halt doch für das frühe Aufstehen und die Herfahrt und dann, es war ja nur ein Kilometer wandern, aber es ging teilweise echt steil bergauf. Und dann fahre ich wieder heim. Da gibt es natürlich noch ein bisschen B-Roll vom Weg. Aber jetzt im Großen und Ganzen, ich meine, Mission erfüllt. Vielleicht laufe ich noch ein bisschen hier auf dem Weg nach Hause mit offenen Augen durch den Wald und schaue mal, ob ich da vielleicht noch das eine oder andere coole Bild in den Kassen bekomme. Ja, genau. Ansonsten bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau und danke fürs Zuschauen. Tschau und bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020